Und damit wieder willkommen, willkommen zurück, hier bei Stranglehold und Tequila-Lück. Und wir schreifern uns hinunter und gehen jetzt hier über dieses Eisengitter. Wir müssen noch fünf... Oh, noch fünf Prompten platzieren. Dann ist das auch soweit erledigt. Oh Mist, jetzt habe ich die Waffe fallen lassen, weil ich keine Moon mehr habe. Was mache ich jetzt? Guck dir die Umgebung an, was du mit der machen kannst. Hier kann ich gar nichts machen. Leuchtet irgendwas? Sieht jemand was leuchten? Okay, dann gehen wir mal zurück. Ja, da kommt nichts bei raus. Wie komme ich da rüber? Der will ja da nicht weitergehen, oder? Wir machen es nochmal. Wir gehen nochmal hoch. Ach, geht doch. Gebt mir eure Waffen. Geht nicht. Okay. So, runter hier. Merci. Das Sturmgewehr. Gegen die... Ne, Sturmgewehr dagegen. Genau. So, müsste es sich ausgehen. Da müssen wir noch platzieren. Ah, schön hintereinander. Prima. Ihr macht das toll. So, platziert. Da war noch einer oben, ne? Das ist... Ui, das ist der. So, elf haben wir. Elf Bomben. Stilvoll bringen wir die Welt zugrunde. So, hier bitteschön. Zack. Schade, dass die Scharfschützen immer gleich aussehen. Bam. Das ist geil, wie die fliegen. Also, die Physikelemente sind schon nicht verkehrt. Oh. Haben wir dem jetzt einen Arm weggedonnert? Das war natürlich nicht gewollt. So, zwölf haben wir. Oh. Schluss jetzt. So. Oh, ich muss hier aufpassen, Mensch. Ich habe gar keine Gesundheit mehr. Oh, oh, oh. Warum hat denn das jetzt so dermaßen gerummst? Der kam direkt in den Lauf. Das wird immer ein bisschen schwieriger jetzt. Aha. Mist. So, nimm das. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Fantastisch. Einer ist aber noch. Okay. Aha. Da drauf schießen. Jetzt. 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 Scheiße. Was denn jetzt? Okay. Wenigstens eine Pistole haben wir noch. Ich denke mal, wir gehen hier hoch, oder? Nee. Das bringt nix. Hm. Mist. Geht auch nicht. Ach, wir können doch da drüben lang gehen. Ah, hier können wir nicht mehr durch. Scheiße. Ach, da ist doch noch ein Pass. So läuft das gemacht. Alles klar. Ziplein. Hupala. Hupala. Juhu. Rüber hier. Eine muss man nur noch machen. Und dann bestimmt unter extremen Stressbedingungen. Hä? Wo ist denn die eine noch? Wir gehen mal hoch. Wo ist denn die eine noch? Wo waren die? Da! Da ist sie. Mist. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück, oder wie? Hm. Sehr doof. So. So. Dann war das. Wie war denn das? Wie war denn das? Wie war denn das jetzt? Ich bin doch hier lang. Aha. So. Ja, genau. Hier geht's runter. Dann ging's hier lang. Ja, genau. So. Hier bin ich langgegangen. Dann da. Und hier haben sie dann zugemacht. Deswegen geh ich hier hoch. Genau. Ja. Zack. Dann so. Und hier muss die Stelle sein. Da ist sie. Da. Und da haben wir's. Bitteschön. Hey, cool. Wir haben's geschafft. Da kommt mein Wassertaxi. Au. Der Käpt'n. Hm. Böse Guck. Wir sollten sich raushalten. Ich sagte, wir brauchen Verstärkung. Ich erfuhr eben, dass Jerry undercover bei der Dragonclaw arbeitet. Dann wissen sie von Billy und Tico und haben nichts gesagt. Ich tat ihnen einen Gefallen. Wenn sie erst da drin stecken, dann... Was? Endet so. Vergessen sie's. Ich bin noch lange nicht fertig. Okay. Okay. Ich bin noch lange nicht fertig. Baaam. Yes, Baby. Young und seine Leute ziehen im Mega einen Deal ab. Und die I-Nines wollen die Party sprengen. Die sind wohl sauer, dass ihnen unser toter Cop angehängt wurde. Jetzt wollen sie Rache. Ich brauche Young Leben. Wong kann ihn als Druckmittel nutzen, um Billy und Tico zurückzukriegen. Wir treffen uns im Megat. Der hat bestimmt zwei blaue Augen, oder? Nein, braun. Und kommt vom Tigerentenclub und sieht es am Kopf zu. Nein, aber ich habe Angst. Es geht nicht mehr nur um uns beide. Was sagst du? Wir bekommen ein Kind. Wirklich. Das ist ja toll. Nein. Es ist schrecklich. Mein Vater wird uns umbringen. Das ist zum Kotzen. Jimmy Wong würde seinen Enkel nicht töten. Du killst ihn nicht so wie ich. Dann komm mit mir. Er wird uns hin. Das wird er nicht. Wir gehen weit weg. Nach Amerika. Europa. Ans Ende der Welt. Ist mir egal. Komm. Wann? Heute nach. Komm zum Flughafen. Ich kümmere mich um alles. Ja. So. 14 Millionen haben wir Schaden gemacht. Höchste Stilkompon 19. Stilpunkte erhalten. Jawoll. Damit können wir doch leben, oder? Jut ihr Lieben. Dann ist mal Schluss für heute. Gesamtwertung A-. Beim nächsten Mal geht es natürlich weiter. Und da werden Kranische gefunden. Bis zum Abwinken. Gegner 314. Meine Fresse. Das ist ja echt Mohun ähnlich. Bis dennne dann. Ciao. Tschüss. Herr Lück hatte Glück. Und ihr habt dieses Spiel gewählt. Ich kann nichts dafür. Ich mach nur meinen Job. Bis dennne. Ciao.